Entschuldigung, wir haben morgen Freunde zu Gast und die haben sich vegane Rouladen gewünscht. Und weil die ja noch besser werden, wenn sie über Nacht durchziehen, habe ich sie heute schon vorbereitet. Mit schwarzem Knoblauch, Salbei und Meerrettich. Eine richtige Geschmacksexplosion. Und wie das genau geht, das seht ihr gleich. Für die Rouladen braucht ihr folgende Zutaten. 4 Soja Big Steaks, Salz und Pfeffer, 2 Möhren, 2 Zwiebeln, Meerrettich, 50 Gramm veganen Speck und etwas Pflanzenöl zum anbraten. Außerdem braucht ihr noch Küchenfaden oder Zahnstocher zum fixieren. Für die Rotweinbratensauce braucht ihr Suppengrün, etwas Pflanzenöl zum anbraten, 500 Milliliter Rotwein, 500 Milliliter Gemüsebrühe, 2 Esslöffel Birnen oder Apfelmus und Pfeffer und Salz. Für das Birnenkartoffelstampf 7 bis 800 Gramm Kartoffeln, 150 Milliliter Mandelmilch, 2 Birnen, Pfeffersalz, Muskatnuss, Salbeiblätter und etwas schwarzen Knoblauch zum Garnieren. Als allererstes lege ich die Big Steaks in heißer Gemüsebrühe ein. Sie müssen dann noch ca. 15 bis 20 Minuten ziehen. Ich habe die Rouladen auch schon mal aus Seitanmehl selber gemacht, aber das war eine heidene Arbeit und mit den fertigen Big Steaks geht es einfach schneller und ist fast genauso lecker. Die Big Steaks sind sehr leicht und schwimmen oben, deswegen beschwere ich sie jetzt noch mit einer Schale, die ich mit Wasser gefüllt habe. Und dann bereite ich noch die Zutaten vor, die ich alle klein schneiden muss, wie zum Beispiel die Zwiebeln in Ringe, das Suppengrün, zunächst den Lauch, dann die Möhren in Würfel und in Streifen und in Sellerie. Dann würfle ich noch die Kartoffeln für unseren Kartoffelstampf. Die Kartoffeln habe ich schon in etwas Salzwasser aufgesetzt und jetzt brate ich das Suppengrün in etwas Olivenöl an. Das Gemüse lösche ich dann mit dem Rotwein ab und lasse alles etwas einreduzieren. Nach ca. 5 Minuten gebe ich die Gemüsebrühe hinzu und lasse alles zusammen nochmal ca. 15 bis 20 Minuten kochen. Die Soja Big Sticks habe ich etwas abkühlen lassen und etwas ausgedrückt und schneide sie jetzt in der Mitte durch. Dann lassen sie sich besser verarbeiten. Ich bestreiche sie mit ca. 1 Teelöffel von dem Miritich und belege sie mit den Zwiebelstückchen. Dann kommt noch etwas veganer Speck hinzu. Da gibt es übrigens ein eigenes Video. Die Infos dazu findet ihr unten in meiner Infobox. Echt lecker, unbedingt ausprobieren. Dann lege ich noch einen Möhrenstitz hinein und rolle die Roulade auf. Anschließend fixiere ich sie noch mit einem Zahnstocher, so dass sie beim Braten nicht auseinander fällt. Der Bratenfond ist jetzt gut einreduziert. Sieht schon gut aus. Dann können wir als nächstes die Rouladen anbraten. Dafür habe ich etwas Pflanzenöl in eine Pfanne gegeben und wenn das Öl richtig heiß ist, brate ich die Rouladen scharf an. Von jeder Seite ca. 5 Minuten. Rouladen nach deutschem Rezept gibt es übrigens auch im Restaurant Biergarten im deutschen Pavillon in Epcot. Lange war der Themenpark Epcot der untypischste innerhalb des WDW. Nur wenige konnten etwas mit dem Namen anfangen. Es fehlten Mickey, Donald und all die anderen Charaktere, die sonst einen Disneypark ausmachen. Insgesamt ging es mehr um Visionen und ums Lernen als um Spaß und harmloses Vergnügen. Das erklärt sich aus der Geschichte des Parks. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut euch mein Video Biersuppe an. Daher erzähle ich einiges darüber. Epcot ist wahrscheinlich immer noch der einspruchvollste Park der gesamten Disneywelt. Aber auch dort haben inzwischen Fahrgeschäfte und die einfach unverzichtbaren Figuren wie Goofy, Onkel Dagobert und die Panzerknackerbande Einzug gehalten. Man kann sich auch auf tolle neue Fahrgeschäfte freuen, wie zum Beispiel Frozen the Ride und Ratatouille, das es ja auch schon im Disneyland Paris gibt und das demnächst in Epcot eröffnet wird. Die Rouladen sehen doch schon richtig lecker aus. Dann schneide ich noch die Birne für unseren Birnen-Kartoffel-Stampf und für die Deko lasse ich mir zwei Scheiben übrig. Als nächstes stampfe ich die Kartoffeln. Das mache ich immer mit einer Gabel, weil ich es lieber etwas gröber mag. Aber das kann ja jeder so machen, wie er es gerne möchte. Dann gebe ich noch etwas Pfeffer hinzu und etwas Muskatnuss. Etwas von der Mandelmilch und dann rühre ich alles gut durch. Jetzt kommen noch die klein geschnittenen Birnen hinzu und schon ist der Kartoffel-Stampf fertig. Als nächstes püriere ich den Bratenfond und passiere ihn anschließend noch durch ein Sieb. Die fertige Soße schmecke ich dann noch mit etwas Birnenpüree ab. Für die Dekoration benutze ich immer gerne schwarzen Knoblauch. Den gibt es im Internet. Riecht super lecker und der Geschmack ist einzigartig. Ein wenig nach Lakritze. Aber auch wenn man Lakritze nicht mag, wird man von dem schwarzen Knoblauch begeistert sein. So, dann können wir auch schon anrichten. Dafür gebe ich zuerst etwas von dem Birnen-Kartoffel-Stampf auf den Teller. Ich stürze den Stampf immer. Das macht sich dann besonders gut. Dekoriere den Stampf mit etwas schwarzem Knoblauch und etwas von dem Salbei. Gebe mir dann einen Saucenspiegel auf den Teller. Lege eine von den Rouladen auf den Saucenspiegel. Noch eine Scheibe Birnen dazu. Voila! Bon Appetit! Kleiner Tipp noch. Wenn es etwas weihnachtlich werden soll, dann kann man das Ganze natürlich auch mit Rotkohl und Klößen servieren. Dann gebe ich auch immer noch etwas Lebkuchen in die Soße. Das macht es richtig schön weihnachtlich. Nicht vergessen! Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Abonniert meinen Kanal und drückt die Glocke. Bis bald, euer Christian.